Nun ist es soweit. Der letzte Teil der Lieferungen der MyFit24 Fitness Loft ist heute eingetroffen. Im Hintergrund die Plate Loader, ein Schmuckstück, das Sie im ganzen Umkreis nirgends mehr finden werden, also im näheren Umkreis. Die Kamera schwenkt jetzt bewusst nicht auf den bestehenden Gerätepack. Nein, das schaut ihr euch bitte an, wenn ihr zur Eröffnung kommt. Nicht vergessen, wir eröffnen Ende Oktober die MyFit24 Fitness Loft mit einem wunderschönen Gerätepack von Technogym ausgestattet und dem Freihantelbereich, der hinter uns ist, mit super, super, super Pure Strength Geräten, freien Gewichten und Drückerbänken. Train smart, not hard.